In diesem Kapitel geht es um das Zeichnen von Normalparabeln. Das heißt, wir haben irgendeine Normalparabel gegeben und möchten die in unser Koordinatensystem abtragen. Normalparabel bedeutet, dass dieses a hier entweder gleich 1 ist oder eben gleich minus 1. Und zwar, was bedeutet das? Also ist a gleich 1, dann hätten wir hier x² plus irgendwas, je nachdem, was es für eine Parabel ist. Und dies bedeutet, dass die Parabel nach oben geöffnet ist. Hätten wir minus 1 für a, dann hätten wir ja minus x² und das bedeutet, unsere Parabel ist nach unten geöffnet. Um jetzt die Parabel zu zeichnen, können wir, wie das Kapitel zuvor, entweder eine Wertetabelle nutzen oder, wie wir es hier machen, mithilfe des Scheitelpunktes. Und zwar, wir berechnen den Scheitelpunkt mit der Formel, also die x-Koordinate, mit der Formel minus b geteilt durch 2a. Das a ist dies hier, also entweder die 1 oder die minus 1 und das b, die Zahl vor dem x. Unsere y-Koordinate des Scheitelpunktes errechnet sich mit der Formel c minus b im Quadrat geteilt durch 4 mal a. Und c ist natürlich die Zahl hier hinten, also unseren y-Achsenabschnitt sozusagen. Wenn wir den Scheitelpunkt berechnet haben, können wir diesen in unser Koordinatensystem einzeichnen. Also der wäre zum Beispiel hier. Und an diesem Punkt legt ihr, wenn ihr eine Schablone habt, eure Schablone an. Darauf achten, wie ist unser a, also haben wir eine nach oben geöffnete oder eine nach unten geöffnete Normalparabel. Je nachdem müsst ihr eure Schablone anlegen. Ich habe hier keine Schablone, ich muss mir anderweitig helfen. Und zwar gibt es hier ein Verfahren, das heißt, wenn ich um eine Einheit nach rechts gehe, zum Beispiel. Wir haben ja hier, sagen wir haben eine nach oben geöffnete Normalparabel. Dann hätten wir ja x² plus irgendetwas. Wenn ich eine Einheit nach rechts gehe, dann setze ich sozusagen für das x² die 1 ein und quadriere diese. Das wäre wieder 1, somit weiß ich, ich muss auch um eine Einheit nach oben gehen. Gehe ich um zwei Einheiten nach rechts, dann setze ich die 2 in das x² ein. Also hätten wir 2 im Quadrat und das wäre die 4. Also weiß ich, ich gehe zwei Einheiten nach rechts und 1, 2, 3, 4 Einheiten nach oben. Gehe ich um eine Einheit nach links, dann nehme ich die minus 1 und quadriere diese. Das ergibt 1, das heißt, ich muss auch wieder eine Einheit nach oben. Die minus 2 im Quadrat ergibt plus 4. Und das wäre, also wir gehen zwei Einheiten nach links und um vier Einheiten wieder nach oben. Und diese Punkte können wir einigermaßen sauber verbinden und erhalten auch unsere Normalparabel. Klar, hätten wir eine nach unten geöffnete Normalparabel, würde hier noch ein Minus stehen. Das heißt, wir hätten hier Minus, also wenn wir eine Einheit nach rechts gehen, Minus 1 im Quadrat, das wäre dann Minus 1. Das heißt, wenn ich 1 nach rechts gehe, müsste ich um eine Einheit nach unten gehen. Wenn wir 1 nach rechts gehen, setzen wir die 2 im Prinzip ein. Dann hätten wir die Minus 2. Das ergibt dann Minus 4. Also müssten wir, wenn wir zwei Einheiten nach rechts gehen, um vier Einheiten. 1, 2, 3, 4, vier Einheiten nach unten und so weiter. Wir verbinden diese Punkte wieder und hätten auch unsere Normalparabel. Wir machen ein paar Beispiele. Also eine Anmerkung noch, und zwar den Scheitelpunkt könntet ihr zum Beispiel auch mit der quadratischen Ergänzung von dieser Funktion bekommen. Aber das behandeln wir in dem Kapitel Normalform in Scheitelform.